Wir alle Jungen freuen uns nicht immer dann vom Semester. Mit den Schülern können sich die Füßen doch ganz farbisch verkleben. Da kommen wir gucken mal, welche Kreativität sie erwarten. Also es sind super... ...girl... ...badgirl... ...wonderwoman... ...catwoman... Wie hättest du denn, ob das an einer Rissi auch gemacht hat? Also... ...ich meine ich da nicht, weil heute alle Jungen wie das heute gemacht hat. Es hat schon etwas extra an mir. Es sind alles in Wonderland. Es sind die Rockkinege. Wen hast du da bissel gesehen, den du am Barsch verklebt hast? Was für ein Kostüm? Oh... Ich finde das Sumoringer-Kostüm ziemlich gut fand. Boah, wie hättest du gesehen, was du als Sumoringer verklebt, denn du als Rockstar. Stimmt das? Ja... Von wo kommen die da Neustürcher hin? Wir kommen von Mittelerden. Wir kommen deutlich auf die Idee, dann einfach normal an Pijama an Schulze kommen. Mit der Rapazie. Also ähm... Ich lauf mich noch mal gerne lang vegan. Also auch während der Schulzeit. Wenn du hättest du mal gedacht. Vielleicht will ich dann auch bequem mit der Pijama an Schulze überleben. Aber mir ist einfach mal gedacht. So... Wenn dann an der Schulter solle noch ein bisschen bequem rumlaufen. Müsst dir das Spaß daran zu drohen? Ich bin sehr schön, weil der aus als Gold an... ... und das Gold ist. Ach so. Dobby has no master. Dobby is free. Okay? Herzlich willkommen auf dieser Nutz-Assemble. Auch heute nur nach China. Nihau. Und zwar kommen wir nur nach der Schlesischen Direktion. Feja Lai Damsen. Und zwar kommen wir zum dritten Preis. Also... Evolviere ich auch für die zwei Lampions-Männerschaft. Und jetzt findest du schon nach Gandalf an Saruman und Düni. Also den zweiten Preis. Und den zweiten Preis ist so eine Stunde. Ich würde kangen und warte genau das. Ich weiß nicht, dass du mir selber wirst auch nicht genau bei dir das. Und davon lasst du uns und erklären. Von euch gibt es ganz große Applaus in Parla. Anders als jetzt du inspirierst und du weißt keine. Anders. Du spielst du nicht. Alter, jetzt ist nämlich schon mit Papel so viel. Vatralek, einen großen Applaus von Stiftern. Sie ist schön mit Papeln. Vielen Dank.